Tag allerseits und herzlich willkommen zum Schnipselfunk. Das war dann doch eine etwas längere Sendepause, aber das ist natürlich auch eine Frage der Perspektive. In geologischen Maßstäben war das nicht mal ein Wimpernschlag. Trotzdem ist natürlich eine ganze Menge passiert seit Anfang April oder wann ich die letzte Aufnahme gemacht habe. Es ist eine ganze Menge passiert auf der Welt und auch bei mir. Was auf der Welt passiert ist, wisst ihr selber, das muss ich jetzt nicht nochmal runterbeten. Und ja, was bei mir passiert ist, war entweder uninteressant oder geht niemandem was an und allermeistens beides. Also können wir das auch überspringen und uns direkt der Gegenwart und der Zukunft zuwenden. Zuerst die guten Nachrichten. Ich kann mit Stolz und voller Freude verkünden, dass ich vor ein paar Tagen wahrscheinlich das aller, aller albernste gesehen habe, was ich je in meinem Leben gesehen haben werde. Wenigstens das aller, aller albernste in der Kategorie unterwegs mit Kindern. Und ich habe schon Kinder an der Leine gesehen. Wobei ich da nicht mehr sicher bin, ob das im Fernsehen oder im echten Leben war. Ist ja auch egal. Ich saß jedenfalls vor einem Café in Schöneberg, als ein Vater und sein vielleicht vierjähriger Sohn vorbeigekommen sind und der Sohn saß in einem kleinen Auto. Das war allerdings kein Tretauto, wie man sie manchmal sieht, sondern das Auto hatte einen elektrischen Antrieb und war ferngesteuert. Der Vater lief nebenher und hatte so eine typische Modell-Auto-Fernbedienung in der Hand und damit hat er seinen Sohn den Gehweg lang gesteuert. Ich will jetzt hier gar nicht irgendwelches kulturpessimistisches Zeug salbadern über ferngesteuerte Kinder, die dick und faul und unselbstständig werden und später nach Amerika ziehen, weil es da im Walmart elektrische Einkaufsmobile gibt. Oder über Eltern, die ihre Kinder zu Hause mit dem Tablet ruhig stellen und dann statt mit ihnen spazieren zu gehen, sie auch noch in so ein komisches Gadget setzen, damit sie möglichst keinen Stress damit haben oder sowas. Nein, nein, nein. Das erste, was ich fühlte, war tatsächlich Neid. Ist doch geil. Das Problem war aber, dass das Ding nur geschätzte anderthalb kmh schaffte. Also langsamer auf jeden Fall als ein Rentner mit Rollator. Es war vollkommen lächerlich. Und der Vater stolzierte nebenher wie in Zeitlupe ein großer, starker, junger Mann. Ich weiß gar nicht, wie der das ausgehalten hat. Ich werde wahnsinnig, wenn ich zu langsam gehen muss. Klar, ich muss auch langsam gehen, wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin. Aber selbst Cordula Sophie, die zum Glück nicht Cordula Sophie heißt, ist mit ihren 22 Monaten doppelt so schnell wie das komische Auto. Und vor allem kann ich dabei ihre Hand halten und ihr zugucken, wie sie fröhlich durch die Gegend stolpert. Das ferngesteuerte Kind saß vollkommen apathisch in seiner Kiste, hatte nicht mal die Hände am Lenkrad und von Begeisterung war keine Spur. Ja, wie auch. Wenn das Ding, sagen wir mal, 15 kmh schaffen würde, würde ich sofort googeln, wo man das herkriegt. So teuer sah es nicht aus. Das wäre doch ein Riesenspaß, irgendwo in einem Park auf einer Bank sitzen und das Kind kreuz und quer über eine schön holprige Wiese rasen lassen. Bierchen dazu, ein schöner Podcast auf dem Kopfhörer, herrlich. Noch besser wäre es mit App-Steuerung, wie bei einer Drohne, wo man so eine Route festlegen kann und das Ding fährt die dann automatisch ab und weicht Hindernissen aus und man muss bloß noch zugucken. Ja, das wäre was. Aber so, nee. Das sah wirklich, wirklich albern aus und das Kind wirkte, wie gesagt, auch nicht gerade enthusiastisch. Ich meine, es konnte ja nicht mal sinnlos am Lenkrad drehen, so wie die Kinder es in Rummelplatz-Karussell-Autos oder diesen Münzkinderfängern im Eingangsbereich von Supermärkten tun, weil das Lenkrad von dem Ding sich nach den Steuerbewegungen des Vaters richtete. Und dann der Sound. Es war ja ein Elektroauto, aber ich sag mal so, nach Tesla klang das nicht. Irgendwie schien der Elektromotor auch die Schneckengeschwindigkeit nur mit Mühe hinzukriegen und ein bisschen Öl vertragen zu können. Wobei ich jetzt nicht ganz sicher bin, ob Elektromotoren Öl brauchen. Naja, der auf jeden Fall. Und dann hatte das Ding auch noch so Vollplasteräder, die über den Gehweg knirschten, dass es klang wie, habt ihr Terminator gesehen? Ich hoffe doch sehr. Ja, ein sehr guter Film. Eigentlich ist die ganze Trilogie sehr gut. Von dem ganzen Mist ab Teil 4 schweige ich jetzt mal pietätvoll. Sie ist gut und schön und rund, obwohl der erste, wahrscheinlich weil er nicht so auf Hochglanz poliert ist, doch noch am meisten fetzt. Aber sogar Teil 3 ist ziemlich toll. Zum einen, weil er eine der großartigsten Verfolgungsjagden der Filmgeschichte erzählt. Zum anderen, weil das Ende wirklich gut ist und überraschend und konsequent und so logisch wie eine Zeitreisegeschichte eben sein kann. Achso, ja, also das Geräusch der Plasteräder des ferngesteuerten Kinderautos auf dem Gehweg der Dingsbumsstraße in Schöneberg klang exakt so wie das Knirschen der Kettenfahrzeuge in Terminator, wenn sie über eine dicke Schicht aus menschlichen Knochen fahren. Apropos Terminator, Achtung, jetzt kommt eine sehr elegante Überleitung. Terminator ist ja ein Science-Fiction-Film, beziehungsweise eine Filmreihe. Und es ist keine besonders fröhliche Zukunft, die da gemalt wird. Atomkrieg, Aufstand der Maschinenkettenfahrzeuge, die über Berge von menschlichen Knochen fahren, eine klassische Dystopie. Und Dystopien stehen gerade sehr hoch im Kurs. Und Dystopien stehen gerade hoch im Kurs. Wer sich für Science-Fiction interessiert, hat es schwer, irgendwas anderes als Dystopien zu finden. Schöne Zukünfte sind gerade nicht im Angebot. Dafür jede Menge Nachfahren von Terminator, Blade Runner, Alien und Co. Und es gilt nicht nur für das Science-Fiction-Regal in der Buchhandlung. In der Sachbuchabteilung sieht es nämlich auch nicht viel besser aus. Und bei den Nachrichten sowieso. Heute alles ganz schlimm, morgen alles noch schlimmer, steht in jeder Zeitung und überall im Internet. Könnt ihr nachgucken. Heute ist die Zeit, von der wir später einmal sagen werden, dass früher alles besser war. Und im Gegensatz zu praktisch bisher immer wird es dann stimmen. Oder auch nicht. Ich glaube, ich habe hier vor ein paar Monaten schon mal von einem neuen Filmprojekt erzählt. Das ist damals wegen Corona vorläufig begraben worden. Aber nun sieht es so aus, als würde es doch noch klappen. Die Idee zu diesem Film wurde aus zwei Fragen geboren. Erstens, warum gibt es eigentlich kaum noch positive Science-Fiction-Romane? Und zweitens, was zum Teufel soll ich meinen Kindern über die Zukunft erzählen? Das, was langsam aber sicher zum Konsens zu werden scheint, dass bald die Hälfte der Welt unbewohnbar oder überflutet ist, dass Roboter und künstliche Intelligenzen uns vielleicht nicht ausrotten, aber überflüssig machen werden, dass die Kluft zwischen Arm und Reich so weit gehen wird, dass es irgendwann zwei separate Spezies geben wird, dass Pandemien zunehmen werden und Flüchtlinge nicht mehr in Millionen, sondern in Milliarden gezählt werden, dass selbst in Europa Kriege ausbrechen, die Demokratie und die Menschenrechte am Ende sind, dass irgendwann in der Schule gelehrt wird, dass die Erde eine Scheibe ist, die von vier Elefanten getragen wird, die auf einer Schildkröte stehen, Impfung schädlich, Globuli nützlich und die Juden unser Unglück sind. Und dass sie am besten so schnell wie möglich lernen, sich zu verteidigen, eine Waffe zu benutzen und sich von Bären, Mosen und über offenem Fenster gebratenen, offenem Fenster, offenem Feuer gebratenen Zombieschenkeln zu ernähren? Nein, ich möchte ihnen auch eine Utopie mitgeben. Irgendwas mit offenen Fenstern vielleicht. Oder noch besser den Mut und den Optimismus, sich selbst eine Utopie zu suchen. Darum wird es in dem Film gehen. Weniger um konkrete Weltrettungsmaßnahmen, mehr um die Frage, wie man diesen Mut und Optimismus zurückgewinnen kann. Denn ich habe selber gemerkt, wie fatalistisch ich in den letzten Jahren geworden bin. Und es tut wahnsinnig gut, aus dieser Haltung herauszukommen. Es ist noch nicht zu spät. Es ist vielleicht fünf vor zwölf, aber herrje, erstens sind fünf Minuten eine lange Zeit und zweitens werden die meisten Partys sowieso erst nach zwölf richtig gut, wenn die interessantesten Gäste kommen und alle schon ein bisschen angetrunken sind. Und ich fürchte, die Metapher ist nicht wirklich hilfreich. Ich habe natürlich einen Text zu dem Thema geschrieben und auf dem Schnipselfriedhof veröffentlicht. Ich hänge ihn als Zugabe an und werde hier sicher noch öfter auf dieses Thema zurückkommen, vorausgesetzt, es gelingt mir, die Veröffentlichungsfrequenz wieder ein bisschen zu erhöhen. Apropos Schnipselfriedhof. Das wievielte Apropos in diesem Podcast ist das jetzt eigentlich? Naja, ich habe die Seite schnipselfriedhof.de komplett neu gestaltet und finde sie jetzt richtig schön. Und eine Homepage habe ich jetzt auch, volkerstrübing.de, wahlweise mit Umlaut, oder volkerstruebing.de geschrieben. Die beiden Adressen haben bisher auch auf den Schnipselfriedhof verwiesen, wo ich dann auch eine Kurzbiografie und solches Zeug untergebracht habe. Aber ich dachte, es ist mal eine Zeit für eine offizielle Webpräsenz, eine Visitenkarte, ein Showcase. Und wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, dass ich sehr, sehr glücklich mit meiner Webseite bin. Es ist eine der schönsten Homepages im gesamten Internet. Ich bin natürlich ein bisschen voreingenommen, weil ich sie erstens gebaut habe und es zweitens um ein für mich sehr interessantes Thema, nämlich mich selbst geht. Guckt sie euch mal an, vielleicht gefällt sie euch ja auch. Ich habe jedenfalls so die Schnauze voll von diesen Standard-Websites und Blog, diesem ganzen Bootstrap-Wordpress-Geraffel, den ewigen Slidern und reinfädenden oder swuschenden Vorschau-Texten, diesen Hamburger-Menüs in der Mobile-Ansicht, diesem ganzen edlen, geleckten 0815-Design-Scheiß, dass ich das unbedingt anders haben wollte. Ob es gut geworden ist, darüber kann man sich streiten, aber auf alle Fälle sind schnipselfriedhof.de und vor allem volkerstrübing.de, glaube ich, ziemlich eigenständig und wiedererkennbar. Es gibt noch ein anderes Webdesign-Projekt, das in den letzten Wochen online gegangen ist, insultor.de, ein Beleidigungs- und Komplimente-Generator, auf den ich ziemlich stolz bin, weil er eine sehr aufwendige und vielseitige Grammatik-Engine hat. Gleichzeitig ist er damit sehr oldschool, weil man sowas natürlich noch viel besser mit neuronalen Netzen und Machine Learning bauen könnte. Aber erstens fehlen mir da die Ressourcen und zweitens hieße das mit Atombomben auf Spatzen schießen. Drittens hatte ich Lust, es so zu machen, wie ich es gemacht habe. Und viertens ist der Insultor eigentlich ein Spin-Off meines Computerspiels Catch-Up Dog-Chub. Dazu gleich noch ein paar Worte. Der Insultor kann jedenfalls Sachen ausspucken, wie Du bist doppelt so hässlich wie eine transzendentale Mettwurst-Kartoffel oder Lass es einfach schlambriger Pinkel mobs, du verdorbene Karikatur eines drittklassigen Reagenzglas-Gemüses oder Dein Gesicht erinnert mich an einen schmutzigen Möchtegern-Pickel, du zusammengestümperte Schnuffel-Mutti. Aber eben auch, du überirdische Sternenwolke oder ich krieg nicht genug von dir, du edle Bosonen-Erdbeere. Dein Herz duftet wie eine nachhaltige Champagner-Königin. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon mal von meinem Catch-Up Dog-Chub-Spiel erzählt habe. Da war jedenfalls die erste und sehr simple Version des Beleidigungsgenerators drin, die ich dann für Insultor.de nochmal viel umfangreicher und vielseitiger neu programmiert habe. Das Spiel sollte eigentlich im April in eine große öffentliche Testphase gehen, aber es kam alles anders. Ich hatte so eine Art persönlichen Lockdown, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Mir ging es Ende April ziemlich mies, es war vielleicht so eine Art Burnout, aber ich will mich da jetzt nicht selbst diagnostizieren. Jedenfalls habe ich mich zwei Monate von allem außer der Familie zurückgezogen. Ich habe nicht geschrieben, nicht programmiert, kaum jemanden getroffen, sei es in echt oder virtuell und offensichtlich auch nicht podgecastet. Ich war viel spazieren, habe mich durch einen Haufen Netflix- und Amazon Prime-Serien gequält und viel Zeit mit den Kindern verbracht. Nicht immer freiwillig, die Kitas waren ja zu. Das war äußerst unproduktiv und oft auch alles andere als idyllisch, aber es war wohl nötig. Jetzt geht es mir sehr gut und ich habe einen Haufen Pläne und bin guter Dinge. Die ganze Sache ging aber auch mit ein paar Prioritätsverschiebungen einher und das Spiel ist dabei um ein paar Plätze nach hinten gerutscht. Zurzeit arbeite ich maximal ein oder zwei Stunden pro Woche daran und bei dem Tempo wird es irgendwann um das Jahr 2045 herum veröffentlichungsreif, obwohl ich eigentlich schon 90% geschafft habe. Na, mal sehen. Guckt euch mal die Webseiten an, das würde mich freuen. Ich mache jetzt Schluss für heute, obwohl es noch so viel gibt, worüber ich erzählen will, aber das Wichtigste ist jetzt hier überhaupt mal wieder einen Podcast fertig aufzunehmen und zu veröffentlichen und vielleicht dauert es ja bis zur nächsten Folge nicht wieder ein halbes Jahr. Danke fürs Zuhören. Ich würde mich sehr über Feedback freuen oder wenn ihr die Kunde vom wiederauferstandenen Schnipselfunk weitertragt. Bis bald. So, die Zugabe wird ein bisschen anders klingen als der Rest von der Aufnahme her, weil ich die kleine fensterlose Kammer, die uns als Arbeitszimmer, Kleiderschrank, Aufnahmestudio und erste Adresse für alles, das gerade irgendwo anders im Weg ist, dient, verlassen musste und in die Küche umgezogen bin. Und ja, hier gibt es, glaube ich, ein bisschen mehr Hall und statt des leisen Rauschens der Netzwerkfestplatte hört man möglicherweise im Hintergrund das Pumpen und Bratzeln des Kühlschranks, aber ich hoffe, das ist okay. Ich habe den Text vor ein paar Tagen auf dem Schnipselfriedhof veröffentlicht unter dem etwas blöden Titel Die 89er. Der ist aber wirklich nicht gut, darum lasse ich ihn weg und nenne den Text jetzt einfach ohne Titel in die Zukunft. In den letzten Jahren ist es modern geworden, unsere Zeit mit Weimar bzw. den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts zu vergleichen und ohne es direkt auszusprechen, daran zu erinnern, dass nach den 20er Jahren die 30er Jahre kamen und die Parallelen drängen sich ja wirklich auf. Weltwirtschaftskrise, der Aufstieg des Faschismus und ein wilder Tanz auf dem Vulkan mit Bananen um die Hüften, was auch immer das Pendant dazu bei TikTok sein mag. Das ist ein Vergleich, der uns wahrscheinlich aufrütteln soll, aber ich fürchte, er erreicht bei vielen genau das Gegenteil, bei mir zumindest, er deprimiert, verängstigt und lähmt. Und vor 100 Jahren war schließlich auch alles vergebens, was soll das also? Der Vergleich weckt vor allem das Bedürfnis, die Klopapiervorräte aufzustocken und sich eine Papiertüte über den Kopf zu ziehen und zu überlegen, wie man am besten durch die bevorstehenden finsteren Zeiten kommt. Oder den Wunsch, einfach dicht zu machen, die Welt zu ignorieren und mit Bananen um die Hüften auf dem Vulkan zu tanzen. Ich habe beides ausprobiert und beides hat mich nicht wirklich befriedigt. Aber vielleicht ist der Vergleich ja auch einfach falsch. Vielleicht leben wir gar nicht in den neuen 20ern. Jaja, tun wir natürlich, weil 2020, aber ihr versteht schon. Vielleicht leben wir in den neuen 80ern. Mal sehen. Die 80er haben die bis dahin schlimmste Popmusik hervorgebracht. Hey, Saxophon-Solos, Hall auf Snare-Drums, Modern Talking, die Toten Hosen. Die 80er haben aber auch die bis dahin beste Popmusik hervorgebracht. Ich muss es wissen, ich hatte sie auf Kassette. Das ist also schon mal kein Match, denn die Popmusik von heute hat mir nur gezeigt, dass das, was ich einmal für die schlimmste Popmusik der Welt hielt, Saxophon-Solos, Hall auf Snare-Drums, Modern Talking, die Toten Hosen, so schlimm nun auch wieder nicht war, wenn man es vergleicht mit diesem schlecht gereimten Mist voller Pathos, Selbstmitleid, Selbstgerechtigkeit und ich bin so wie ich, dass ich sonst gar nichts bin und ihr habt mir sowieso gar nichts zu sagen, Edge, der heute als Deutschpop durchgeht und Modern Talking gibt's auch immer noch. Oder nein, die andere schlimme Band. Dasselbe gilt für die Mode. Die Schulterpolster und Frisuren waren das hässlichste, was Menschen je am Leib trugen, zumindest bis es losging mit diesen komischen Bauchnabelhosen bei Frauen und unbesockten haarigen Hipsterfüßen in Sneakers an Hochwasserhosen. Aber lassen wir das. Ich will mich nicht als Mode- und Musikkritiker aufspielen und muss fairerweise auch eingestehen, dass es sicher kein gutes Zeichen wäre, wenn ein mittelalter Mann wie ich die heutige Popmusik und Mode gut fände. Die 80er waren eine Zeit, wo großer technischer Fortschritt auf großen Pessimismus traf. Der Space Shuttle flog ins All, Computer sickerten in den Alltag und selbst bei uns im Osten verschwanden langsam die Schwarz-Weiß-Fernseher. Die Kassette machte praktisch alle Musik für jeden überall verfügbar. Die Musikindustrie sah sich zum ersten Mal sterben und die alten Leute sahen eine Zeit voraus, in der die Menschen nicht mehr miteinander reden würden, weil sie die ganze Zeit Walkman-Kopfhörer auf den Ohren haben würden. Und gleichzeitig war es die Zeit von No Future und der Angst vor dem Atomkrieg, die Zeit von Waldsterben und oh, Tschernobyl, das letzte Signal vor dem Overkill. Ganz schlimmes Lied von Wolf Mahn, aber ich wollte ja nicht mehr über schlechte Popmusik reden. In meinem Freundeskreis machte ein Buch die Runde, das irgendwie seinen Weg über die Mauer zu uns in den Osten gefunden hatte. So lasst uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen, es ist soweit. Ich glaube, ich habe hier im Schnipselfunk schon mal davon erzählt. Es war ein Buch, das mich damals sehr beeindruckt und beeinflusst hat und an das ich in letzter Zeit wieder öfter denken musste. Das Buch stammte von Heumer von Dittfurt und der Titel bezog sich auf einen Ausspruch Martin Luthers. Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich doch heute ein Apfelbäumchen pflanzen. Es war soweit. Es war 1988 und morgen würde die Welt untergehen. Das Buch beschrieb nicht nur die Gefahren, vor denen die Menschheit stand, sondern erklärte auch ausführlich und überzeugend anhand von geschichtlichen, psychologischen und biologischen Überlegungen, warum das Ende unausweichlich war und wir nicht in der Lage sein würden, die Welt zu retten. Die Frage war eigentlich nur noch, ob uns zuerst der saure Regen, das Ozonloch oder die gegenseitig zugesicherte Zerstörung den Garaus machen würde. Und das war, neben einigen Liedern, sicher das Beste an den 80ern. Dass nämlich das Morgen, vor dem wir uns damals fürchteten, nicht eingetreten ist. Dabei waren all diese Gefahren real. Heute macht man sich manchmal lustig über die Angst vor dem Waldsterben oder zieht sie sogar als Argument heran nach dem Muster, ach die Klimakatastrophe ist doch wieder nur so ein Hype wie der saure Regen in den 80ern. Aber der Wald starb damals. Und dass wir über die Ängste von damals heute lachen können, liegt nur daran, dass es genug Menschen gab, die den Glauben an die Zukunft nicht verloren hatten. Die auf die Straße gingen und oft genug ins Gefängnis. Die redeten und schrieben und demonstrierten und überzeugten und Apfelbäume pflanzten, um sie zusammen mit ihren Kindern wachsen zu sehen. Und statt dem Weltuntergang bekamen wir Rauchgasentschwefelungsanlagen, ein FCKW-Verbot, ein Deutschland ohne Mauern und das Ende des Kalten Krieges. Und dann? Dann kamen die 90er und das Märchen vom Ende der Geschichte, vom Ende der Utopien und Träume. Wer brauchte noch Träume, wenn es Gratis-Pornos im Internet gab und Billigflüge und Konsum bis zum Abwinken. Und wir hörten auf, groß zu träumen und nach- und vorauszudenken. Wer braucht Utopia, wenn Qualityland zum Greifen nahe ist? Und heute haben wir Trolle, Trump und Terroristen und Bundestagsmitarbeiter, die von Erschießen und Vergasen reden. Die Bäume sterben wieder, die Klimakatastrophe ist da, eine Pandemie tötet Hunderttausende und wirft Millionen in die Armut zurück. Wir schlittern von Krise zu Krise und der nächste große Krieg ist immer nur ein Missverständnis, eine Provokation, einen großmäuligen Tweet entfernt. Alles scheint sich im Kreis zu drehen, alles was erreicht war scheint verloren zu gehen, und willkommen zurück in den 80ern am Vorabend des Weltuntergangs. Die beste Zeit, um zu verzweifeln. Und genau deshalb die schlechteste Zeit zum Verzweifeln. Denn wenn uns etwas retten kann, dann die Hoffnung und der Glaube, dass morgen alles besser wird als heute und dass selbst heute nicht alles schlechter ist als gestern. Während es an so vielen Stellen schwelt und bröckelt, werden an anderer Stelle Fortschritte gemacht. Die Welt ist in fast jeder Hinsicht besser als 1988 oder 1920. Reicher, satter, freier, demokratischer, gesünder, ja sogar friedlicher. Ich glaube an die Evolution der Gesellschaft. Ich glaube, dass alles besser, aber niemals alles gut werden kann. Es gibt keinen geradlinigen Weg hin zu einer perfekten Welt, wie es sich die Kommunisten erträumt haben und wie langweilig wäre das auch. Die biologische Evolution hat auch keinen fotosynthetisierenden, hyperintelligenten und gutherzigen Idealmenschen hervorgebracht, sondern mit Versuch und Irrtum ein zerbrechliches, fleischfressendes, furzendes Ding zusammengeschustert, mit Blinddarm und Haarausfall und einem dringend upgradebedürftigen Gehirn. Aber wenn wir eins aus der Evolution lernen können, dann, dass sie vielleicht manchmal falsch abbiegt und eher einem mit Matsch spielenden Kind als einem intelligenten Designer gleicht, aber dass sie sich niemals umkehrt. Und auch wenn sich die Menschheit nicht auf dem direkten Weg in ein irdisches Paradies befindet, werden wir doch nicht wieder kehrt machen, den Hexenhammer hervorholen, die Sklaverei offiziell wieder einführen oder Mammuts jagen. Für einen Punkt auf einem Rad fühlt es sich so an, als würde er sich immer nur im Kreis drehen, als würde auf jedes Auf ein Ab, auf jedes Vorein zurück folgen, als wäre alles vergebens, obwohl der ganze Wagen immer weiter vorwärts rollt. Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich doch heute ein Apfelbäumchen pflanzen, ist kein Satz der Verzweiflung, sondern ein Satz über Hoffnung, Trotz und Stärke. Die Apfelbäume, die in den 80ern am Vorabend des unvermeidlichen Weltuntergangs gepflanzt wurden, tragen schon lange Früchte. Anfang der Woche haben meine Töchter Kastanien gesammelt. Wir haben sie in nasse Watte gepackt und wenn die ersten Triebe kommen, werden wir sie einpflanzen und ihnen beim Wachsen zuschauen. Mal sehen, wie groß sie werden, bis die Welt untergeht. Und wenn es dann schließlich soweit ist, war trotzdem jeder Tag ein Geschenk, war kein Wort und keine Tat und kein gepflanzter Baum umsonst, haben wir trotzdem geliebt, gelitten, gehofft, gezweifelt, versagt und gewonnen und gelebt. Wir haben es versucht, sind so viel bessere letzte Worte als Heicher gleiche sagt. Wir haben es versucht, sind so viel besser als Heicher gleiche sagt.